Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Subnautica. So, äh, was hatte ich eigentlich vorgehabt? Ich wollte glaube ich zur Rettungskapsel schwimmen, aber war ich denn mit dem Scannen schon fertig? Ich glaube nicht, ne? Also ich glaube ich aufgegeben gehabt, ich wollte diesen Scannerraum machen, den habe ich noch nicht. Und hier irgendwas soll doch die Rettungskapsel, die Rettungskapsel sein, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ich hoffe es. Was haben wir denn da? Ich muss mit dem Sauerstoff ein bisschen aufpassen. Was bist du? Das geht aber noch nicht, ne? Das kann ich noch nicht abbauen. Da fehlt mir Spezialausrüstungsdingens, aber Salz hätten wir da unendlich. Das freut mir. Ja, ja, was ist denn? Was ist denn? Da, Fischi, 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 Augi. Ach, verdammt. Ich dachte mir, das könnte ich gleich nehmen zum Essen. Ja, ja, Luft holen. Ich verstehe schon. Ein Baumbilz, da brauche ich aber auch nichts davon, ne? Ähm, ha, was haben wir da? Inventar. Lithium. Ja, ist klar. Warte, ja, ja, ja. Ja, ich bin schon unterwegs. Luft holen und da muss ich nochmal kurz nachlesen, ähm, wie das jetzt mit der Rettungskapsel war. Ich glaube, da musste ich hinter die Aurora schwimmen, glaube ich. Ja, ja, bin gleich da. Ich sollte den Seegleiter nehmen, ne? Ich wollte ihn ein bisschen sparen. Geht sie aus? Geht sie aus? Ja, geht sie aus. Passt. Ja, genau das habe ich gemeint. Äh, ich musste, glaube ich, da hinten stehen. Also, hinten rum, ne? Glaube ich. Äh, Aufzeichnung könnte. Koordinaten beigefügte. Da, äh, hier. Ähm, Bilder. Signal. Ich habe die beiden noch nicht gerettet. Oder muss ich hin, wenn ich einen, äh, Seegleiter gebaut habe? Ist das möglich? Kann das sein? Kann sein, ne? Ähm. Fabrikator hinüber und da? Das ist LifePod 7. Ich sage mir nur das an, ne? Äh. Die Datenbank. Hier haben wir was. Lebensform, Daten-Downloads. War das hier drin? Warte da. Oder war das hier? Überlebensausrüstung, Technologie, bla bla. Dokumente, fremde Daten, Codes und Hinweise, Betriebsprotokolle. War das hier? Nein. Da? Rettungskapseln. Hier haben wir was. Hier ist eine Siemer. So, bla bla. Notsignal, bla bla. Besatzung meldet, bla bla bla. In einem kargen Gebiet mit wenig ökologischer Aktivität auf 200 Meter gesunken. Ja, Ursprung der Übertragung ungefähr ein Kilometer südwestlich vom Heck der Aurora. Heck. Heck ist doch der Popo, ne? Der Arsch, sozusagen. Bug und Heck. Das ist, der Heck ist da. Südwestlich. Norden, Süden, Osten, Westen. Da herrüm? Das haben wir, wir. Soll auch hier sein. Ehe gedacht, andere Seite. Jetzt muss ich ja mal wissen, wo ist denn hier Westen? Habe ich eine Karte? Und hier ist sogar ein bisschen ein Bild. Kann das sein? Aha. Das ist gut. Mit dem Bild können wir ein bisschen rausfinden, wo es sein könnte. Aber. Ich sollte vielleicht auch mal die beiden hier zuerst fertig machen, ne? Aber ein Kilometer südwestlich ist das nicht viel. Warte mal. Dann müsste es irgendwo da sein. Muss ich mal schauen, ob es irgendwo so eine Kruften gibt. Also ein Kilometer sind tausend Meter. Das heißt, es ist schon ein Eck weg. Wäre aber auch... Ah, hier sind welche Kruften. Ob das hier schon sein sollte? Levetane sind auch hier. Grüß Gott. Seh aus. Ja. Aha. Hier, schau. Felsen. Das könnte schon richtig sein. Wenn ich jetzt irgendwo... Ich glaube, da ist Salz, oder? Bist du Salz? Nimm die gleich mit Salz. Komm her. Danke. Salz brauchen wir immer. Wenn wir schon sowas finden, du, muss ich sie ja gleich mitnehmen. Ne? Ne, Sonne? Da ist auch was. Doink. 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 Lithium. Äh, ja. Entschuldigung. Natürlich. Und schon schnell. Wie viel Batterie? 45. Ich hoffe, dass ich noch Batterie mit habe. Ich brauche mal kurz Luft. Ja, ja. Es ist schon gut. So. Weih. Noch sind wir nicht am Pop-Ski. Können wir noch ein bisschen weiter runterfahren. Äh, schwimmen. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Haben wir Luft gepasst? Aha, da haben wir viel leichte Warte zu scannen. Ich muss einmal da kurz hin da. Was haben wir denn hier? Was bist du? Was guckst du? Du bist nur leer. Und nix. Super. Wie viel Platz habe ich im Inventar? Hm, für Schrott habe ich nicht unbedingt Platz. Ich glaube, ich sollte es los sein. Wüste, Wüste, Wüste ist gut. Wüste ist gut, glaube ich, ne? Zum Kapsel finden. Was haben wir hier? Kalkstein. Schrott, Schrott, noch mehr Schrott. Da haben wir, glaube ich, ein Salzerl. Das nehmen wir gleich mit. Salz. Da müsste schon fast irgendwo sein, ne? Theoretisch. Ui. Ich sollte mir vielleicht nochmal das Katerl anschauen. Aber ich will jetzt absichtlich hier ein bisschen rumschwimmen, weil... Haa, Essen. Verdammt, das Essen vorbeigeschwommen. Weil, ähm, wegen Scannen und so, ne? Eventuell neue Baugeschichten und so, weil mir fehlen eh ein paar Sachen noch. Und da will ich schon gern können. Ich brauche jetzt Luft, glaube ich. Ich muss mal kurz auftauchen. Sind wir schon beim Pop stehen? Noch nicht. Macht aber nix. Ich will trotzdem mal schnell noch ein bisschen mich hier umschauen. Für eventuell... Vielleicht... Habe ich Glück und es gibt hier irgendwas zum Scannen, weißt du? Weil mir fehlt ja noch der Scannerraum. Oh ja, es wird finster. Da haben wir was. Eine Küste. Wasser. Ich glaube, das war Wasser, ne? Ist gut. Schau, Delfine. Es hört sich zumindest noch an. Ich will Essen haben. Kann man den essen? Ich glaube nicht, ne? Die Klubschis, die konnte man essen, natürlich. Klubschi, Klubschi. Klubschi, gefangen. Boomerangfisch wäre auch gut. Noch ein Klubschi. Noch ein Klubschi. Wo ist er hin? Klubschi! Klubschi, bleibt da! Was haben wir hier? Kalksteinchen mit Kupfererz. Ich hoffe nur, da hinten ist ein Leviathan. Ich hoffe nur, dass die uns nicht wegfressen. So, dass der Leviathan mal denkt, hm, lecker Mensch. Warte mal, was habe ich denn eigentlich mit? Wasser habe ich mit? Zum Essen habe ich nichts mit. Das ist super. Mein Inventar ist auch voll. Das ist auch super. Ich hätte nach Hause schwimmen sollen, ich trottel. Du bist auch nur Schrott, ne? Ja. So. Ich wollte nur die Rettungskapsel finden, in der Hoffnung nämlich, dass wir dann einen Eintrag kriegen. Aber wir sind nicht weit weg von unserer Rettungskapsel. Das ist die andere, die ich nie gefunden habe. Ist ja schon eher peinlich. Aber klar, 200 Meter Tiefe. Da bin ich halt nie hingekommen, ne? Metallschrott. Da haben wir eine Kiste. Aber ich kann nichts mehr mitnehmen. Ich sollte die vielleicht noch zulassen. und mir die Stelle vielleicht ungefähr merken. Ich kann nämlich nicht einmal mehr Salz mitnehmen. Da wäre es sogar geschickt, glaube ich, wenn ich zuerst noch schnell bei unserer Rettungskapsel vorbeifahre. Bisschen schauen, ob man vielleicht... Da ist ordentlich was in die Brüche gegangen. War ich schon hier? Da war ich schon, glaube ich, ne? Oder? Oder? Da kann man nicht rein. Ich glaube, da war ich schon, ne? Da war dieses eine Büro, glaube ich. Aber ob ich da auch alles gescannt habe, das kann ich nicht sagen. Da ist einmal nichts mehr. Da ist auch nichts mehr. Ich kann nämlich nicht sagen, mit Sicherheit, ob ich brav war oder nicht. Da ist nur kaputt, ne? Ja, ja. Da hätten wir was. Die Gravitationsfalle. Blub, blub. Ich bin da voll, aber die hätten wir schon. Okay. Ja, ich, ich gehe mal heim. Also, bei der Rettungskapsel, ne? Mal ein bisschen essen. Essen zusammenbauen und dann schauen wir mal, ne? Ich will Batterie sparen. Ich werde mir auch gleich eine neue Batterie bauen, glaube ich. Weil Kupfer habe ich mit. Mir fehlt nur noch dieser Säurepilz, aber ich habe da mal keinen Platz im Inventar. Das machen wir dann ein bisschen später. Ein bisschen später. Ja, gleich sind wir da. So. Dann holen wir schnell Essen und ein bisschen trinken. Weil durstig sind wir eh. Trinken hätten wir genug, aber bauen wir dann gleich. Wieder ordentlich Nachschub, ne? Säurepilze haben wir dann eh hier rundherum mehr als genug. Da will ich mir auch keine Sorgen machen. So, gleich haben wir's. Das ist gar nicht so einfach. So. Tada. Einsteigen bitte. Danke. Grüß Gott. So. Wir bauen. Ich baue. Nom, nom, nom. Gekochte Nahrung. Genau. Hubschi. Und den Bumerangfisch. Dann brauchen wir die Tarn. Nein, das will ich nicht verarbeiten. Wir brauchen dann diese Klob... Also die Röhrenkoralle. Das war's genau. Ja. Ja. Das kommt sofort. Ein Schluckerle. Prost. Ja, das glaube ich. Nehmen wir gleich noch einen Schluck und Mampfen. Und Mampfen tun wir auch gleich. Und jetzt brauche ich... Wir haben Salz. Genau. Ich brauche jetzt dieses Korallendingens und den Säuredingens. So. Da brauchen wir das Mesa. Das haben wir... Jetzt haben wir es ausgerüstet. So. Also einmal an Säurebilds. Dankeschön. Und diese Rohrkorallendings. Das da. Und... Zack. Zwei müssten reichen, glaube ich. Drei? Hatte ich drei? Wie viel Salz hat es denn? Salz. Zwei Salz habe ich. Passt. Zwei Salz. Das war ein Quarz. Gut, passt. Äh, Rettungskapsel da. So. Dann bauen wir gleich unsere Sachen. Dann haben wir viermal zum Saufen. Ja, das ist... Das klingt gut. So. Also mal die Chlorbleiche da herstellen. Die ist da. Drrrr. Und dann bitte noch einmal. Die Firma tankt. Und jetzt brauchen wir... Nomm, Nomm, Nomm. Wasser. Und desinfiziertes Wasser. Einmal. Und ich hoffe, es geht sie nochmal aus. So. Passt. Äh, wir haben Platz für einen. Das passt genau. Zum Futtern habe ich jetzt leider nichts. Säurepilzkupfer. Jetzt muss ich schauen. Das müsste mal funktionieren, dass man da... Äh, Werkzeug, glaube ich. Nein, nichts Werkzeug. Persönlich war das hier dabei. Eine Batterie, die bräuchert. Wolltet ihr? Falsch. Hier, Geräte? Ne. Ressourcen? War das hier... Nein, das kann nicht sein. Elektronik. Da muss es sein, oder? Energiezelle, Batterie. Das war so ein Bildsein. Äh, habe ich gewusst. Ich nehme nur einen mit, ne? Weil ich schlau bin. Zwei brauchen wir, Zocki. Zwei. So. Ich hoffe, die Säurepilze können nachwachsen. Sonst haben wir irgendwann mal auch mal ein Ressourcenproblem. Das wäre nicht schön. So. Oh, so. Äh, da. Da. Und eine Batterie. Da. Sehr gut. Haben wir schon wieder eine Reserve. Das gefällt mir. Hätte ich noch eine mitgehabt. Tatsächlich vier. Aber ist wurscht. Was wir haben, haben wir. Wir haben jetzt zwei Plätze frei. Das passt. Medikit hier. Nehmen wir auch gleich mit. Auch wenn wir es nicht unbedingt brauchen. Aber ist ja wurscht. Vier drüben dann. Dann bunkern wir das alles und gut ist. So. Aber ich könnte es auch hier. Stimmt. Hier habe ich Platz jetzt, ne? Naja. Ich könnte auch hier mal was reinschmeißen. Eigentlich, ne? Also das hier, ne? Oder ich mache es unten rein. Aber. Jawohl. Habe ich unten Platz? Ich habe es vergessen. Ist wurscht. Man kann genug Zeugs haben. Ich werde zwei von dem und zwei Wasser. Oder eins. Ein Wasser waschen. So. Ja. Läuft. Gut. Quarz. Da fehlt mir noch ein Quarz. Damit wir Glas bauen können, glaube ich. Und den Metallschrott behalte ich auch. Weil ein Metallschrott ist ja vier Titan. Gut. Die Chips, die violetten. Ich lasse den mal da. Ich vergiss hier, was ich da drinnen habe. Egal. Wir haben gegessen. Wir sind einigermaßen satt. Ich will jetzt, Herrschaftszeiten, diese Rettungskapsel finden. Dazu muss ich jetzt mal kurz auftauchen. Mal schauen, wo ist der Popschiff von der Aurora. Norden, Süden, Osten, Westen. Ich habe halt keine Ahnung, wo Norden und Süden ist. Kann ich das irgendwo nachschauen? Geht das? Ich brauche wahrscheinlich mal einen Kompass. Kann ich einen Kompass bauen? Geht das? Geht das? Ich brauche. Ich brauche. Was brauchen wir für den Kabelsatz? Silbererz. Okay. Halt. Brauche kein Licht. Ein Silbererzerl. Ich glaube, das ist etwas, was ich nicht habe. Gold und Kupfer hätte ich, aber Silber habe ich nichts. Juhu. Ähm, scheiße. Habe ich einen fertigen Kabelsatz? Nein. Lithium, 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 aber kein Silber. Das ist schlecht. Ja. Ne? Muss ich suchen gehen. Aber der Kompass wäre jetzt echt fisch. Und was habe ich jetzt noch gebraucht für den Kerl? Äh, warte, warte, warte. Wo war er denn jetzt? Kompass hier. Kupferdraht. Den hätte ich. Den haben wir drinnen hier. Das wäre kein Problem. Aber Silbererz. Zwei Stück, glaube ich, ne? Ja. Silber. Eine Höhle wäre halt fälschig. Hier habe ich auch keins drin, oder? Magnetit habe ich drin. Batterie, Lithium, Gold, Kupfer. Verflixt. Und hier habe ich nur zum Essen, glaube ich, drin, oder? Wieder nur Kupfer, Glas, Kupferdraht. Schande. Ja, dann werden wir uns ein Glück probieren, ne? Immer ein bisschen Silberfarm. Ich hoffe, wir finden irgendwo was an. Ich befürchte, da muss ich in eine Höhle gehen. Eine Höhle, Höhle. Ah, Sauerstoff ist immer gut. Halt. 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 Schlecht, schlecht. So, mal kurz Luft holen. Und dann schauen wir, dass wir hier nach Möglichkeit Silber kriegen. Geht schon. Mach blub, blub. Danke. So. Was haben wir denn hier? Ich glaube, die... Ja, ja. Geht gleich. Aha. Nichts erwischt. Idiot. So. Ach, nee. Jetzt ist die Metall wieder voll, ne? Ach so. Drei Plätze habe ich noch. Okay, passt. Okay, passt. Drei Plätze haben wir noch. Ähm. Das ist nicht gut. Ja. Da knarzt was. Wow. Ich bin schon weg. Uh. Haha. Trottelfisch. Ah, da war irgendwo was. Wahrscheinlich wieder nur Titanium. Da. So. Tak, tak, tak. Ja. Da brauche ich diesen Sandstein. Bla, bla. Glaube ich, ne? Sehers. No, no, no. No, no. No, no. Was haben wir da? Nix. Ach, du liebe Zeit. Da war ich schon drinnen. Da war ich schon. Da? Und... Was haben wir hier? Wieder ein Kalkstein. Da ist nur Kupfer und Titanium drin, glaube ich, ne? Halt. Essen. Passt. Wie viel Platz? Voll. Super. Ähm. Luft wärmer gut. Bäh. Nochmal zurück. Das mit Silber ist echt besch... verstehst du? Nix gut. Naja. Na gut. So. Und zack. Rein da. Muss mal kurz ausleeren. Ich hab voll voll. Ich habe voll voll. So, ähm. Was gebe ich denn hier? Kupfer von mir aus. Und Quarz. Den Blasenfisch, den kochen wir gleich. Weil ich werde bald wieder Hunger haben. Kochen, den Fisch. So, ist fein. Passt. So. Und nochmal weg. So, Silber. Ich soll es vielleicht mal in der Richtung... ein bisschen mehr in der Richtung vielleicht versuchen. Ich brauche Silber. Silber ist fein. Ich brauche Silber. Silber ist mein. Na, 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 na. Silber. Ich brauche ein Silber. Silber. Silber, Silber. 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 Hm. 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 Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht gefressen werde. Von diesen Raubfischviechern. Ich weiß, gleich wird es wieder Bumm machen. Das ist nix, ne? Na, Licht. Ja, genau. Das ist Licht. War ich dann hier auch schon drin? Das ist zum Befürchten. Nachdem hier nix drin ist. Jo. Muss so sein. Mäh. Da ist nur Metallschrott, glaube ich. Ne? Oder? Ja. Da haben wir wieder ein Monster-Ei. Da ist wieder nix. Da ist wieder Schrott, ne? Ja. Da haben wir die Gasviecher. Da haben wir Luft. Das gefällt mir gut. Ei, Caramba. Geht schon. Luft. Was ist denn das da oben? Komisches. Muss ich da mal kurz schauen. Bisschen Luft noch. Komm. Ui, je. Ja. Das waren die... Passt genug Luft. Muss ich mal kurz schauen, was das da oben ist. Schweber einsammeln. Work, 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 work. Inventar ist voll. Aha. Okay. Die bringen also die Steine zum Schweben. Genau. Die hatten wir, glaube ich, schon, ne? Ich habe keine Ahnung, was man mit denen machen kann. Was Sachen zum Schweben bringen. Uns vielleicht. Ne, keine Ahnung. Äh, brauche ich die für irgendeinen Bauplan? Wahrscheinlich. Thermometer, Computerchip, bla bla bla. Ich glaube, das schmeiße ich weg. Okay. Ich glaube, das haue ich weg, oder? Schubkanone. Oder kann ich aus denen was extrahieren? Das könnte ich auch mal probieren. Seemotte. Die wäre auch cool mal herstellen. Ich brauche gar nicht so viel Energiezellen. Da hat ja so ein Zeug. Scannerraum-Reichweiten-Modul. Aha. Scannerraum-Beschleunigungs-Modul. Okay. Ja. Ne, so, ne? Ne, so, ne? Vertikale Verbindung. Na gut. Scannerraum. Oh, ich kann den schon herstellen. Ich dachte, mir fehlt der noch. Kupfer, Gold und Tischkorallenprobe. Mehr brauche ich nicht. Einen habe ich schon gebaut, glaube ich, ne? Stimmt, den habe ich, glaube ich, schon. Ach Gott. Wärmekraftwerk, das alles. Okay, mir raus. Gut. Nein, ich glaube, das Ding brauche ich nicht. Das schmeiße ich weg. Ich glaube, den haue ich weg. Oh, ich brauche Luft. Das Ding haue ich weg. Ich brauche einen Platz für Silber, falls ich mal eins finden sollte. Das mit Kompass wäre halt echt super. So. Jetzt ist es schon wieder finster. Mäh. Warte, ich schmeiße die, ich schmeiße die kurz raus. Ja. Ich schmeiße die kurz weg. So. Also, auf ein neues. Was haben wir hier? Kalkstein wahrscheinlich. Ja. Den nehme ich jetzt mal jetzt. Wobei hier, Quarz wäre auch super für Glas. Ein Quarz hätten wir ja, ne? Das ist wieder ein Monsterei, glaube ich. Was haben wir hier? Ein Kalksteinchen, ne? Ja. Hier hätten wir ein Löcher, ne? Da ist ein Monsterei drin. Ja. Genau. Und ein Quarz. Was haben wir? Was bist du? Bist auch Kalk, ne? Ja, ja. Ja, ja. Scheiße. Das hat mich, glaube ich, nicht getroffen. Batterie ist aus, ne? Gut. Dann füllen wir nach. Die da. So. Passt. So, du bist auch Kalk, ne? Ah, ist das ärgerlich. Ich hätte gerne Sandsteiningens. Das ist die Frage. Ne, mit der Luft komme ich auch nicht mehr weit, ne? Was haben wir denn da? Kalkstein, 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 noch mehr Kalkstein. Ich hätte aber gerne einen anderen. Da, Sandstein. Lidium war das nur. Was bist du? Gold. So, hier und rauf. Genau, Luft holen. Okay, das mit, äh, Dingsbums ist nicht so einfach mit Silber. Ich bin gerade am überlegen, ob das in der Höhle oben war, aber das ist auch ein Blödsinn. So. Ein bisschen essen, ein bisschen trinken. Dann haben wir wieder zwei Plätze frei. Boah, ist das übel. Ich hab's tatsächlich vergessen. Oh, und der Part ist auch zu Ende. Ja, gut. Dann würde ich sagen, bieten wir mal den Part. Ähm, ich versuche jetzt trotzdem auf eigene Faust die Rettungskapsel da ausfindig zu machen. Äh, wir haben eben hierhin ein Bild, ne? Das heißt, es muss dort sein, wo, ähm, Klippen sind, also unter Wasser Klippen sind. Und dann werden wir das Kind schon schaukeln, dann werden wir die schon anfinden. Weil, bis ich hier jetzt gezielt einmal Silber hab, ist, ist Weihnachten und Ostern vorbei. Ne? Also, lass mir das. Ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.